Liebe Studentinnen, lieber Student, wir üben jetzt die Struktur, etwas ist angesagt oder es ist angesagt etwas zu tun, wenn die Bedeutung dieser Struktur ist, man muss es machen, es ist nötig, es wird gebraucht. Nummer 1, die Musik ist gut, jetzt ist Tanzen angesagt. Nummer 2, du hast Schulden, jetzt ist Sparen angesagt, du musst sparen. Nummer 3, die Pause ist vorüber, jetzt ist Arbeiten angesagt. Nummer 4, vor der Prüfung ist Lernen angesagt, man muss lernen. Nummer 5, du hast Fieber, jetzt ist Bettruhe angesagt. Du brauchst Bettruhe. Nummer 6, das Problem ist zu groß. Jetzt ist Konzentration angesagt. Nummer 7, bloß keine Panik. Jetzt ist Ruhe und Übersicht angesagt. Die Erweiterung können Sie jetzt alleine machen. Wenn die Musik gut ist, dann ist Tanzen angesagt. Dann muss man tanzen. Oder es ist angesagt zu tanzen, wenn die Musik gut ist. Dann bist Du auch mal an, wenn die Musik gut ist. Vielen Dank.